Lasst uns dieses Europa gemeinsam verändern. Ich bin jemand, der sehr lernfähig ist. Im Gegenteil. Deswegen verstärken wir gemeinsam unsere Solidarität, dass Sie Ihre Arbeit aktiv ausüben können. Hochholz. Wo kommt das eigentlich her? Wie kann das eigentlich recycelt werden? Deutschland, kein Wintermärchen. Wer die Geschichte eines Volkes kriminalisiert, macht es krank. Welt. Der aufregendste Teil Ihres Buches ist sicher Ihr Bericht über die deutsche Nachkriegspolitik. Warum lassen Sie Ihre Darstellung der deutschen Geschichte in den 70er Jahren beginnen? Die Wald. Ich will eine neue Tür zur Geschichte aufmachen. Wir setzen uns nicht in die Zeitmaschine und fliegen zu den alten Germanen zurück und fangen dann an, der Zeit nachzulaufen. Sondern ich will ausgehen von der Betroffenheit des Einzelnen von der Wirkung der Geschichte. Jeder, ob er will oder nicht, steht in einem direkten Kontakt mit der Vergangenheit. Er erlebt und erleidet ihre Wirkungen. Welt. In der Geschichtslosigkeit der Nachkriegsdeutschen hat sich die deutsche Misera offenbart. Welche Folgen hat diese Geschichtslosigkeit für den sozio-kulturellen Zusammenhang des deutschen Volkes gehabt? Die Wald. Wenn Sie deutsches Volk sagen, dann meinen Sie doch nicht nur die Bürger der Bundesrepublik. Welt. Welt. Ich meine das so, wie Sie es im Vorwort Ihres Buches geschrieben haben. Die Bewohner der drei deutschen Republiken. Die Wald. Also die Bewohner der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs. Mit den letzten fangen wir unsere Betrachtung an. Österreich ist aufgrund seiner relativen Kleinheit gut dran. Das nationale Vakuum, in dem die Österreicher stehen, wird Ihnen deswegen nicht so deutlich bewusst. Außerdem können Sie immer noch von dem zehren, was Sie historisch einmal waren, ohne das Verhältnis zu Deutschland, zum Reich, zur nationalen Frage überstrapazieren zu müssen. Auch dass Sie durch den Staatsvertrag auf eine bestimmte Rolle einfach festgelegt sind, führt dazu, dass sich die deutsche Frage bei Ihnen nur Verhalten stellt. Welt. Das ist bei der Mitteldeutschen Republik anders? Die Wald. In der DDR ist die Geschichte in eine bestimmte Richtung gedrängt worden. Man will einerseits von der Zusammengehörigkeit aller Deutschen nichts mehr wissen. Andererseits nimmt der Mitteldeutsche Staatsverband für sich in Anspruch, die Vollendung der wahren, der eigentlichen deutschen Geschichte darzustellen, die staatliche Verkörperung der besten Traditionen der deutschen Geschichte zu sein. Welt. Wie drückt sich das aus? Die Wald. Man hat dort zum Beispiel ein zwar staatlich sanktioniertes, aber auch bei der Bevölkerung ganz selbstverständliches Verhältnis zu den preußischen Reformen. In der Bundesrepublik hingegen hat man sich gedreht und gewendet und weiß eigentlich heute noch nicht, was man mit Scharnhorst, Gneisenau und dem Freiherrn vom Stein beginnen soll. Und wir klammern sie deswegen einfach aus. Welt. Damit sind wir ja schon bei der größten der drei deutschen Republiken. Die Wald. Hier sind die Probleme am schwierigsten. Denn die Bundesrepublikaner haben zum großen Teil in der Phase der Re-Education, der Umerziehung, ein gebrochenes und in seinem Gehalt moralisch abqualifizierendes Verhältnis zur deutschen Geschichte erhalten. Welt. Das betrifft vor allem die Darstellung der jüngsten Geschichte? Die Wald. Eben nicht. Das Verhältnis zu unserer Gesamtgeschichte wurde vergiftet. Im Bereich der Geschichte wurde ein beinahe lückenloser Kehraus praktiziert, der sich nicht nur auf die direkten und mittelbaren Vorfahren, sondern auf die ganze deutsche Vergangenheit erstreckte. Die Geschichte der Deutschen wurde nicht sachbezogen inspiziert und interpretiert, sondern moralisch disqualifiziert. Welt. Sie haben das in ihrem Buch so ausgedrückt, das Verhältnis zu ihrer Geschichte sei den Deutschen nicht abhandengekommen, sondern es sei ihnen ausgetrieben worden. Die Wald. So ist es. Sie wurde ihnen weggenommen. Ich erinnere, nur daran, dass man eine große Linie des angeblichen zwangsläufigen deutschen Unheils konstruierte, die man dann von Martin Luther über Friedrich II. und Bismarck bis hin zu Hitler gezogen hat. Schon während des Krieges erschien in den alliierten Ländern eine Fülle von einschlägigen Büchern, mit denen man dann auch nach 1945 in Deutschland das Geschichtsbild prägte. Vielfach ging man sogar noch hinter Luther zurück und behauptete, schon die staufischen Kaiser hätten nichts anderes betrieben als die Eroberung der Welt und die Unterdrückung anderer Völker. Wenn ein Volk seine ganze Geschichte derart in die Ecke gedrängt sieht und nur noch mit moralisch negativen und abqualifizierenden Vorzeichen kennenlernt, dann kann es doch gar kein positives Verhältnis mehr zu dieser Geschichte finden. Zumal, wenn dieser Kriminalisierungsprozess schon in den Schulen beginnt. Welt. Aber hat nicht der letzte Abschnitt der deutschen Geschichte so manchen Vorwand dafür geliefert? Die Wald. Während des Krieges wurden von der nationalsozialistischen Führungsgruppe grauenhafte Verbrechen begangen. Unsere Schuld wurde von uns niemals beschönigt. Sie wurde oft genug im vollen Umfang eingestanden. Viel zu oft. Denn dank der überschießenden Häufung unserer Nationalbeichten wurde die Kollektivschuldthese ständig weiter gefüttert. Schuld ist eine sittlich-religiöse Kategorie. Die Vorstellung aber, dass ein ganzes Volk für kriminelle Taten verantwortlich sei, gehört in die Bezirke von Magie, Fantasie und moralischer Spekulation. Welt. Also auch unter Anerkennung der kriminellen Aspekte des Dritten Reiches dürfen sich die Deutschen nicht ihre ganze Geschichte kriminalisieren lassen? Die Wald. Die Ungeheuerlichkeit der Umerziehung bestand darin, dass man das, was man in der jüngsten deutschen Geschichte als das, institutionalisierte Verbrechen, bezeichnen könnte, sozusagen zum logischen Zielpunkt der deutschen Geschichte verfälschte. So, als würde die deutsche Geschichte darin gipfeln und sein reinster Ausdruck sein. Welcher gesunde Mensch hätte da noch ein Interesse daran, sich mit einer solchen Geschichte zu befassen, zumal die negative Darstellung auch noch staatlich sanktioniert worden ist? Vor allem die nüchterne Deutung unserer Zeitgeschichte leidet unter dieser Moralisierung. Welt. Sie selbst sind der Auffassung, dass wesentliche Komplexe der Zeitgeschichte noch keineswegs so abschließend aufgehellt sind, wie man allgemein behauptet. Selbst bei der Judenfrage, so schreiben sie, sei, trotz aller Literatur noch immer einiges ungeklärt. Die Wald. Mit vielem, was bis heute dazu publiziert und wie es dargestellt worden ist, können wir uns nicht zufrieden geben. Wir werden noch ganze Komplexe umschreiben müssen. Entscheidend ist dabei die Dokumentenfrage. Dass ein Hauptteil der zeitgenössischen Akten uns überhaupt noch nicht zugänglich gemacht worden ist, ist noch für viele Überraschungen gut. Die Russen haben kein einziges Dokument herausgerückt. Die Franzosen halten ebenfalls ihre Archive und das, was sie bei uns mitgenommen haben, verschlossen. Die Amerikaner wählen bei dem, was sie uns zurückgeben, sehr vorsichtig aus. So stehen wir immer noch unter einer merkwürdigen Bevormundung. Welt. Über die Zeit nach 1945 fällen sie Urteile, die ihnen nicht nur Freunde machen werden. Warum machen sie für die Spaltung Deutschlands vor allem die Alliierten, auch die Amerikaner, verantwortlich? Die Wald. Dieser Punkt steht heute doch schon jenseits aller Diskussion. Wesen und Gestalt Deutschlands seit 1945 gehören einwandfrei zu der Hypothek der Konferenz der Großen Drei von Yalta. Die deutsche Teilung wird von Ost und West in unerschütterlicher Ausdauer als Hypothek des Nationalsozialismus den Deutschen pausenlos vorgehalten. Es war aber Roosevelt, der mit seiner Zuneigung zu Stalin, und in einem Illusionismus welthistorischen Formats, Europa verspielte. Die Amerikaner sind bei der Beurteilung der Rolle, die sie im Zusammenhang mit der Konferenz von Yalta gespielt haben, übrigens schon weiter als wir. Sie haben schon lange die Freiheit des Urteils wahrgenommen, ihre eigene Rolle nicht mehr so sonnig zu sehen wie von 1945 bis zum Ausbruch des Kalten Krieges. Welt. Und die Verantwortung der Deutschen und Hitlers? Die Wald. Alle Entscheidungen der nach 1945 entstandenen Blöcke in Europa, seit Yalta festgefügt, und all die Entscheidungen deutscher Nachkriegspolitiker nur als unentrinnbare Folge von Hitler zu sehen. Das ist ein bisschen simpel. Was für ein Alibi! Genau. Wir entscheiden durch diese Sündenbock-Theorie nicht mehr so souverän, wie wir eigentlich dürften. Wir sind mit dem Kopf wie in einer Reuse gefangen. Hineinstecken hat man uns können. Aber wir kommen nicht ebenso glatt wieder heraus wie hinein. Den Kopf wieder frei zu bekommen geht nur, wenn man mit Vehemenz die Reuse zerstört. Dass dies nicht ohne Schmerzen abgeht, versteht sich von selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017